Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Trouble in Terrorist Town und Peter ist im Gefängnis. Peter? Hüge. Ich sehe noch dein Bein raus gucken. Er wird auch der Knast Peter genannt. Da fuhren Minecraft vorbei. Da hat jemand das Minecraft aktiviert. Okay, während ich also das wollte. Das heißt, Jay hätte das gewesen sein können. Doch, hättest du. Ja, ich hab das auch gerade erfahren sehen. Wieso hat das eigentlich einer aktiviert? Was ist denn für eine Erklärung? Wie soll ich das denn machen? Ich bin im scheiß Gefängnis, Alter. Ich bin in der Hölle. Du kannst auf die Hand gucken, oder? Wie soll ich denn hier wieder wegkommen? Ich bin... Ich muss nur deinen Kollegen retten, Jay. Wer hat Peter gerettet? Peter will aber nicht gerettet werden. Peter will sicher nicht. Ja, es war deine Sharks. Tschüss, Peter. Peter und Jay sind. Tschüss. Der Innocent sollte mich hier rausholen. Hm. Mein Peter? Der Kollege hat hier eine Chance gegeben. So eine Scheiße habe ich, auf die Karte habe ich keinen Bock. Das ist doch langweilig. Nein, er die ganze Zeit rum sitzt. Ich würde das auch nicht bei mir haben wollen. Selbst wo ich... Es gibt einfach Sachen auf euch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen Traitor befreit, sonst... Alter. Ich muss mein Karma-Punkte... Du kriegst eine Granate fest. Wie geil war das denn bei dir? Oh ne Scheiß, Jay. Das war bestimmt dein Kollege. Das kann sein. Hallo, da. Für Jay Illusent war ich sein Kollege. Das stimmt. Jay, is it. Ich will nicht bei Jay sein. Ich habe gesagt ein Witz. Traitor-mäßiges gemacht. Peter befreit. Oh, girl. Nein. Nein. Das ist doch ein Witz. Das ist so ein Witz. Und bra 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 bra. Ich habe endlich ein Portal gefunden. Jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, Sepp ist es. Und Peter. Scheiße. Ich bin dort... Sieht man eindeutig. Hätte Sepp mich da nicht schon längst rausgeholt? Zum Beispiel Frage, Jay. Okay, dann ist das nur... Aha. Ich habe den Bram beobachtet, der ist sehr verdächtig, sagen wir mal. Da hat Peter schon lange abgeballert da in seinem Gefängnis. Oh Scheiße, wir haben noch mehr Granaten. Ah, Bram ist sehr verdächtig. Bram ist sehr verdächtig. Das sind wir Bestfans. Bram ist auch. Du hast ihn rausgeholt. Das war ganz nett. Aber trusten tue ich dir trotzdem nicht. Mann, das ist aber schon wies. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen fies. Ich weiß. Hat Sepp gerade... Da ist er euch vor. Hier ist was explodiert. Bram war mit drin. Hier ist was explodiert. Bram war mit... Es ist... Christian! Peter! Christian ist tot. Der andere ist... Nein! Scheiße! Komm da, Lu. Ich weiß, dass du da bist. Hast du mal einen Shot abbekommen, mein Freund. Dann heil ich mich jetzt. Ja, dann bist du da... Nice, Jay. Ja, sag ich doch. Peter und Jay in deinem Beam. Ja, richtig nice. Zwei Punkte aus der... Ne, null Punkte aus der... Peter weggeschossen. Richtig gut, weil ich Peter weggeschossen hab. Sorry, Peter. Ja, tut mir leid, dass ich da reingerahnt bin. Ja, nee. War gar nicht absichtlich. So, verdammt. Verdammt, Jay kann jetzt Punkte kriegen. Ja, genau. Das war eine gute Runde. Na, null Punkte aus der... Ich bin voll lange nicht aus diesem Verkackst... Wie heißt das? Das ist halt scheiße. Ich will das halt auch nicht bei mir haben. Dass ich in diesem Gefängnis sitze. Das kann ich gut verstehen. Aber ich fand das... Okay, ich find das ja auch scheiße. Kannst du das Gefängnis aufmachen? Ja. Okay, bei mir würde ich schon überlegen. Geht nicht auf. Das find ich vernünftig. Peter, würdest du bitte aufmachen? Ja, warte, ich such da den. Wo bist du denn, Dalu? Dalu, wie nett warst du denn immer. Dankeschön. Wer war das? Das war Bram auf jeden Fall. Ich war das. Nein. Das glaubte kein Mensch. Ich war das. Oh, Dalu, oh. Hier ist voll Haus, aber noch kann keiner geshoppt haben. Deswegen schnell weg. Ey, Dalu. Ich will eine Waffe haben. Eine geile. Ja, Bram. Lass mich mal vorbei. Damit spielst du doch immer in CS, oder nicht, Bram? Ja, aber in CS bin ich schlecht. Oh, hallo. Das stimmt nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das stimmt. Hallo. Der Traitor. Also ich kenn da jemanden, der ist schlechter. Hallo, ne? Mal, hier musst du die Lampe reintun. Hat jemand die Lampe gefunden? Hat jemand die Lampe? Oh. Was heißt, warum geht da weg? Da ist der Creeper. Da ist gefährlich. Da ist der Creeper. Ach du meinst, hier ist der Traitor-Tester oder was? Ja, da ist Traitor-Tester zum aktivieren. Und, da vorne ist der Creeper. Und wie mach ich den an? Wo wir gerade beide... Ach lol, das ist der... Moment, aber der Creeper kommt doch raus, oder nicht? Ne, der explodiert doch. Da geh ich nicht hin. Da geh ich nicht hin. Na, das ist doch... Das ist nicht der Minecraft-Creeper. Party in the Hood. Du kannst doch einfach mal auf die Dingens stellen. Okay, okay, pass auf. Jetzt geht's... Wer traut sich? Hui! Ohhhh! Da ist eine Jaller-Bombo gewesen. Da ist eine Jaller-Bombo gewesen. Die Jaller-Bombo? Nein, das war der Creeper. Der Creeper ist weg. Einer hat meine... Der Creeper ist doch gar nicht gestartet. Doch, gehst weg hier. Doch, der ist tot. Dann war das entweder... Christian, oder... Nein, wenn der bei dir noch angezeigt wird... Oder einer verbargt, die da unten sind. Ist der bei dir nicht angeguckt währenddessen, aber das heißt nix. Der Creeper ist doch hier schon gestartet, Jay. Okay, ich war dann auf der anderen Strecke, oder was? Peter ist ein bisschen komisch. Ja. Oh, Peter, du Schott... Nein, nicht. Weil ich gerade an dir vorbeigelaufen bin, bin ich nicht so komisch. LOL! DALU, du Wichser! Hä? Ich hab da DALU warst. Ich hab überhaupt nichts gemacht. DALU, schieß! DALU, DALU... DALU ist beim Creeper. Ja, ich hab DALU gekillt. Seid gelogen! Er hat sich wieder... Ja, ich hab dich gekillt. Du hast sich wieder... Moment, dann... Peter! Heimlich, Peter! Dann ist der Bram ja der andere. Dann ist der Bram ja der andere. Bram ist der andere. Bram schießt auf mich. Ich kämpfe mit dem. Ja, natürlich schieß ich auf dich. Du hast auf mich geschossen. Haha, das ist klar, Bram. Ja, hast du doch oder? Hint war da? Nein, nein! Okay. Wir brauchen mal ganz kurz weiter. Oh! Oh, Moment mal! Hört mal ganz gut, wenn er was trinkt. Wow, da kann man... Alter, wie... Stark, Christian, ey. Da lag nämlich so eine Melone. Da war stark. Okay, und da lang kann... Verdammt, da kann ich die überhaupt nicht gut genug. Ich hab mich da ziemlich sicher gefühlt. Also ich wusste nicht, dass man da außen rumkommt. Aber ich hab mir nur gedacht, nicht in die Melonen laufen. Dalu? Hast du den Creeper auf mich gestartet? Ja, klar. Nein! Du kleiner mieser Sack, ey. War nämlich nur du warst in der Tür. Und dann fährt das Ding an mir vorbei. Das war schon komisch. Dann schießt du doch immer direkt weg. Hat er ja versucht. Ich hab ja auch danach direkt auf ihn geschossen. Der ist jetzt dann abgehauen, der Feigling. Ich hätt gerne geile Waffe. Ob ich der... Wenn der Creeper ankommt, Ob ich dem wohl hier so bei laufender Fahrt einen Headshot geben kann und ich kill den? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mach das mal. Ja, mach das mal. Es sterbt dann bestimmt. Oh, hast du dich direkt umgedreht, oder was? Da vorne sind einfach die Scheiben rausgefallen. Oh, nach denn. Fliegen aber die ganze Zeit Granaten rum. Ich war gerade im Menü, ich konnte dich nicht sehen. Schopo-Card, ne? Schopo-Card? Ja. Oh Gott. Komm, wo bleibt denn endlich hier? Ich bin hier richtig hart am Gamble. Ja, das ist gut. Kommt dich an. Kommt nicht an. Warte mal, ist bei dir da auch ein... Melon Ball! Sepp! Ah, wer war's? Sepp ist es? Da oben. Sepp ist es. Wer ist das? Sepp? Sepp? Ja, der andere, der bei Dalu im Gang war. Meins nicht Dalu. Meins nicht Dalu. Sepp ist bei mir, am Creeper oben. Ich bin fast down. Alter. Erstmal auch ins Wasser gehen. Er ist jetzt zum Creeper runtergelaufen. Achso, Moment. Da kann ich wieder runterlaufen. Wer denn? Explosive Creeper, nicht Minecraft Creeper. Bei mir oben. Loll! Das ist meiner, oder? Das war's nicht, du. Geh mal weg da hier. Ja, klar war ich das. Ich hab den gekillt. Das würde ich aber auch nicht glauben. Ich nehme jetzt... Boah, mir geht einfach Glas rum. Drackenglas. Nur weil Dalu den meisten Schaden bekommen hat? Dalu und Peter, ne? Ja. Okay, ich bin safe. Müsst du die eigentlich schon durch... Ausrechnung, müsst du die eigentlich schon herausfinden. Ich weiß halt nicht, wer da noch ist. Achso! Jay, Chris... Jay oder Chris halt. Ich hab den aber auch abbekommen, den Creeper. Der hätte mich auch treffen können. Keine Ahnung. Das ist vielleicht einfach dumm gezündet, Jay. Das kann ich auch sagen. Oder vielleicht ist es einfach Christian. Vielleicht kannst du sagen, ich hab keine Ahnung. Ah, macht da nix. Der Stachelhaus kann da ruhig wegmachen. Dalu, der ist doch gut. Der ist ein Innocenter. Hast du die Leiche eigentlich wirklich safe weggetan? Safe nicht. Also man kommt dran. Achso, ich weiß. Okay, alles klar. Hab ich verstanden. Oh, mir ist ein Stachelhaus. Ich würd nämlich gerne wissen, ob du die gekillt hast oder ich. Das ist Jay. Dafür dreht sich Bram zu oft um. Es ist Jay. Okay. Bram dreht sich die ganze Zeit um, wenn er bei mir ist. Das würde er nicht machen, wenn er Trader wäre. Bram hat vor allen Dingen ganz... Das ist aber mies. Ich bin geportet worden. Ja, du bist in den Port reingelaufen. Das wollte ich auch sagen, ey. Was für ein Port? Was war das? Fuck you, Jay is a safe. Was? Das ist ne Lüge. Scheiße. Oh, no. No, Peter. Meiner Peter. Scheiße. Da stand's alle direkt neben mir. Sepp, wer hat dich gekillt? Ich hab ihn gekillt. Ich war zufrieden. Ich wollte dich unbedingt noch töten, weil du bei mir schon rot warst. Da hab ich gedacht, ach komm, einen darfst du noch. Und dann war ich direkt tot. Wie seid ihr auf Sepp gekommen, da der das war? Ja. Da hat eine Melone auf mich geschossen, als wir alle beisammen standen. Ich war mir zwar noch... Da, du stand kurz. Ich schieß und dann macht er den Sepp, ey. Es kam mir verdeckt dich vor. Weil ich dachte halt, ich hab den Creeper nämlich gestartet und dachte mir so, okay, was hat denn Sepp jetzt bitte getan? Ich hatte gleichzeitig oder parallel eine Melone geschossen. Kann einer das Gefängnis aufmachen? Ja, natürlich. Ja, klar. Natürlich. Warte, aber ich will erst noch gute Musik hinbringen. Da ist nämlich eine Jukebox. Jetzt komm doch raus! Ach du, du hast die Diske gefunden oder was? Kommst du jetzt raus, kriegst du ja noch nicht? Achso, lol. Ne, will nicht. Ne, von dir nicht. Das bleibt auf. Also manchmal fügt man die Tür auf, damit der vernünftig spielen kann. Der Rest einfach noch reingekreißt und auf geht der. Ich sag's, die bleibt immer auf, wenn die aufgemacht hast. Ha! Oh, oh, Bram kippt mich jetzt. Oh, da, Lu. Ne Sniper gegen ne Sniper getauscht. Also ich würde gerne, aber leider wird mir das nix bringen. Das macht ja nur ein Trader. Weil du innocent bist. Ich such halt irgendeine Waffe. Weil ich innocent bin, ich glaube, dass du mit mir in einem Team bist als Christian. Ja, dann. Nicht da runterfallen! Autsch. Äh, wollte ich nicht. Was ist eigentlich? Hier ist so ein Gang, der einfach in nichts führt. Das ist so doof. Da laufe ich jedes Mal rein. Hier ist da ein Creeper vorbei. Alles gut. Dann ist da bestimmt ein Felderraum oder so, Peter. Ist das der mit dem, ähm... Ich stehe jetzt vor dem Creeper. Mit dem mit diesem Mossi-Stone. Ja, genau den meine ich. Ich stehe immer noch vor dem Creeper. Was ist das denn? Ich hab hier nen Aufzug gefunden. Oh nein. Ich stehe genau vor dem Creeper. Wer hat da ne Disco... Ach, hier sonderdinges geworfen. Weiß ich nicht. Ach, das meinte Christian mit dem Chip-Botter. Hahaha, wer hat den angemacht? Ich stand da nicht vor, Luis. Das ist nice. Aber ich weiß leider nicht, wer den angemacht hat. Dann schießt der Genole. Oh nein! Boah! Boah, war das knapp. Irgendwer hat unter mir den Boden weggemacht. Und ich bin so gerade der Lava gekommen. Wir sind alle anderen zurück. Brake 3x3 Floor. Oh hallo, Sebastian! Ja, kanns nicht gewesen sein. Brake 3x3 Floor? Also kannst du die Hände lesen, Robert? Ich hab das vom letzten Mal gemacht. Peter hättet's sein können. Ja, Dalu bist du noch im Leben... Ja, okay. Gegen Peter. Das kann Peter sogar bestätigen. Ich werde beschossen von... Okay, nicht von Christian. Sehr gut. Der war da oben. Der war da oben rum. Und von Sepp wahrscheinlich auch nicht, weil er auch mit mir in der Hölle ist. Peter war... Verdammt! Au! Das ist aber ein Zufall, Mensch! Was war das denn? Und was, Christian kam mir um die Ecke gelaufen wieder. Der sagte, Dalu, aber der ist hier nicht. Hey! Sepp! Wir sind Boys, ja? Ja, ja. Best Boys. Wir sind Best Boys. Ich bin sehr verdient worden. Mach den Knopf am Fenster! Den Knopf am Fenster! Schnell! Was? Ich glaube, Dalu hat... Ich glaube, Dalu hat sie geportet. 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 Scheiß, Dalu. Das ist für ein Dalu-Tee. Wann hier runter? Alter, wo bist du hin? Ich? Sag ich nicht. Ich bin zufrieden, wenn ich... Wie sag ich nicht? Nee, das ist gut, weil keiner weiß, wo ich bin. Ich hab'n Radar, ey. Ich weiß, wo du bist. Ja, du kaufst... Nee, Dalu kauft nie Radare. Radäre? 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 Ja, aber das ist die Märze von Radar. Radäre auf jeden Fall. Da schießt jemand. Guck mal, Dalu. Hallo. Ja, ich weiß. Hat er dich gefunden? So, jetzt muss er erstmal den Weg Richtung Hölle finden. Das ist nicht schlimm. Ich geh einfach dahin, wo Bram war. Das ist okay. Der hat noch Credits. Äh, wo wollte ich nochmal hin? Dahin. Ja. Ja, ja. Wir können ja drei Minuten Action machen. Drei Minuten haben wir noch. Drei Minuten haben wir noch. Also eine Minute mehr als okay. Das ist schon mal gut zu wissen, Dalu. Achso, dann muss er auch erst nochmal Sepp dann killen. Muss er auch noch killen. Erst killt der natürlich dich. Erstmal werde ich Bram wiederbeleben, weil er dann wenigstens gucken kann. Nee, der hat ja keine Punkte mehr, oder? Ja, ich muss ihn ja nur wiederbeleben. Ja, aber dann hat der... Der hat doch die bestimmt schon alle ausgegeben. Ich hab ja noch. Achso. Und du kannst dir kein Radar kaufen, weil... Radar ist blöd. Wenn ihr in der Hölle zum Beispiel seid, äh, seh ich euch nicht. Dalu ist bei mir. Ja. Und jetzt hab ich Punkte. So, jetzt muss ich mich nur noch auskennen hier. Ja. Gucken, ob ihr den Weg noch kennt. Oh, lol! Er kennt ihn! Nein! Scheiße! Das ist so knapp, Jay! Sorry, Bram. Kein Problem. Schade, Jay. Das war ganz schön gut. Kommt man da nicht raus aus dem Ding? Wo, hier? Doch, Dalu hat doch gesagt, wo man rauskommt. Gibt Knopf, ne? Ne, weil es so aussah, als wenn Jay... Lack doch mal da raus. Achso, da. Nö, ich war nicht gefangen. Da ist der Knopf. Wollte da aber nicht raus. Okay. Ja, kann ich auch verstehen. Er hat sich eingepackt für den Traitor, wie eingeschränkt. Der Knopf am Fenster und ich schlüpfe erst dreimal durch den Raum, glaube ich. Hahahaha. Es hätte einen Ausweg gegeben, das war keine Todesfahrer. Aber nur für Traitor gibt's den Ausweg, oder? Ne, ne, das ist ein ganz normaler Knopf. Also deswegen, das war... Ja. Mein Gott, hier gibt es auch echt nur Bullshit-Waffen. Ja, du willst ein bisschen erforschen hier, oder was? Wenn du Traitor wirst, knall mich mal bitte nicht ab, ja? Ja, machen wir doch nur den... Ich bin kein Traitor. Wie hoch ist die Chance, dass wir beide innocent sind? Hallo, Sepp. Nicht so hoch, ja. Weiß leider gar nicht, wie der Weg hier funktioniert. Ich wollte mir das mal angucken, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Welcher Weg, Peter? Da kommt noch jemand. Oh nein. Ich wollte mir das hier unten mal angucken. Na klar. Sind jetzt auf einmal alle im Nether. Warte, hier holt grad jemand sein Paket da. Wird sofort wieder da. Oh, erstmal Peter killen. Peter ist total sozial. Total, wohin gehen wir. Traitor. Ich will in den Traitor-Raum nochmal, aber ich glaub dafür muss man vorher was drücken. Ja doch. Du willst in den Traitor-Raum? So, so. Ich hab dir das gedrückt da, hallo. Nee, ich hab das auch schon immer. Ich hab dir das gedrückt. Oh, wo ist der Ausgang? Ich bin gleich tot. Du stirbst nicht, ich bin in den USA. Lava, ich lebe doch. Das gibt's ja nicht. Weil du Traitor bist. Nee, nee. Komm da, hallo. Da hoch, dann ist da auch direkt das Portal. Ich bin sogar beim Portal. Hallo. Hallo. Komm mal auf. Okay. Komm mal, du bin weiter. Ich bin gleich tot. Nein, du schimmst, ich bin innocent. Warum sollst du mir dann? Oh, wow. Weil wir sind zwei Schlackers. Sind wir nicht. Bin ich hier. Du bist dann zu dem anderen Weg gekommen, Alter. Da ist ein Ausgang. Da ist unser Portal. Was ist denn der andere Weg? Den kenn ich gar nicht. Oh, Leute. Dalu ist bei mir. Oh, da sind sie alle drin. Mach mal auf. Na, Dalu. Nicht schießen, nicht schießen, Chrome. Nimm mal Gnetostick. Okay. Oh, 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 oh. Unsexy Jay ist hier drin. Hey, adio. Oh, scheiße. Oh, ne. Da haben wir die Turn-Off gemacht. Hier ist ganz schön Party. Richtig, wieder zu machen? Oh, hier kann ich wirklich. Oh, oh. Loll. Hat mich da gerade einer beschossen. Loll. Achso, ich dachte gerade. Ich bin gar nicht sicher. Was sah aus, dass wenn da eine Taube auf Dalu geflogen wäre? Alter. Dalu, wir machen das. Disco, Pogo. Die sind nicht zu dritt zusammen. Das ist alles einfach ohne. Oh, shit. Wir sind alle hier, Peter. Was macht man eigentlich mit dieser komischen Backe? Oh, oh. Dalu, wo bist du hin? Ja, Mann. Also mindestens zwei von euch wollen... Ja, wissen Sie. Einer ist Jay, Julian. Hier ist echt krass. Okay. Einer ist Jay, okay. Warum? Jay jetzt die offizielle Bezeichnung für Tray. Ja, hoffentlich nicht. Alter, ich wäre fast runtergeflogen. Einer ist übrigens Dalu. Cool. Krass. Das haben wir beide jetzt zusammen. Nee. Komm, Dalu, wir stellen uns hier in die Ecke. Alle jetzt die ganze Zeit beieinander. Tut nicht. Ein bisschen uncool. Oh, das ist nicht gut. Komm Dalu, Schilder hoch, sagst du? Alles klar. Oh, das ist nicht gut. Weiter geht's. Sprung schaffst du mal. Easy. Komm Dalu, kannst du verstehen? Ich mach den Geheimgang auf. Okay. Alles ob. Ach komm, okay. Weiter geht's, sagst du? Wui. Wasser. So, jetzt erstmal hier chillen. Ah. Du Fickern, Dalu. Hoi. Da liegt ja eigentlich so eine Fackel rum. Hi, Leute. Da bin ich mit Papas Schlumpf, ey. Hey, Jay liebst du eigentlich noch? Ja, ich stehe gegenüber von dir. Ja, hallo. Jetzt sind wir wieder falsch rum. Hallo, wir müssen doch zusammenarbeiten. Wir müssen doch richtig rum gerade. Stimmt. Aber selbst als ich mich umgedreht hab, bist du weg dran. Was ist denn da los? Warum macht Jay denn nicht? Ich muss euch ja nicht hinterherrennen. Wer ist denn ich bin? Hä? Ich muss euch ja nicht hinterherrennen, das ist voll los. Ja, aber du bist nur so lange hinterher gerannt, bis ich mich umgedreht habe. Das ist schon ein bisschen sicher. Ja, Lui ist gekillt worden. Genau vor meiner Nase. Sepp. Bram muss es gewesen sein. Warum? Bram, der ist, der... Warum? Weil der Körper neben dir liegt. Nein, Bram stand da oben. Und Bram hat den... Oh, Peter! Eben sich in der Hölle! Alle gemacht. Nice, Jay. Warum? Warum? Siehste? Na, übrigens offensichtlich. Bram war's. Hallo, eindeutig. Und trotzdem gewinne ich. Ja, ich schieß ja nicht als erstes. Na ja. Und du hast als erstes mich abgeschossen. Nice. Das stimmt. Ich wusste nicht, ob ich Dalu war oder Bram. Aber ich dachte, einen von euch erst mal mitnehmen ist schon mal ganz okay. Das war ganz gut. Christian war so ein bisschen dabei, mich zu überführen, glaube ich. Peter hat sich ausgesperrt. Das war auch ganz angenehm. Ist ja mal nämlich skeptisch. Geil, ich bin erst mal direkt in Lava gespawnt. Leute! Ach, du bist genau neben mir gespawnt. Das ist ja uncool. Das ist ja unsexy, Jay. Okay. Ach man, wir sind alle immer nur Shotgun. Wo sind denn hier die Shotgunplätze? Im Traderraum hast du zum Beispiel alle Waffen. Wo ist eigentlich der Trader? Wo ist eigentlich der Trader? In der Hölle kannst du so einen Knopf drücken. Dann geht ein Loch in der Wand auf. Und wenn du da durch springst, kommst du in den Trader. Alles klar, ab in die Hölle. Hast du das denn erkenntlich gemacht für den? Du siehst die Hand. Und da, wo die Hand ist, musst du in die Wand gehen. Okay, ich war noch nicht Trader. Da, wo dein Fragezeichen ist, oder was? Ja, in der Hölle kannst du nur den Traderraum auffahren. Ah, okay. Ich weiß nicht mal mehr, wie du in die Hölle kommst. In der Hölle, in der Hölle. Musst du gegen diese Box laufen. Ja, ich weiss doch nicht. Ich finde die Box so nicht. Am Lift. Ja. Da, wo du in die Lava gefallen bist. Ja, wow. Okay. Gut, gut, gut. Ich such mal. Hier. Da, Luke. Da drüben. Wo du in die Lava gefallen bist. Du musst nur über die Brücke weggehen, die ich kaputt machen kann. Sepp, gibst du noch? Ich glaube, Sepp ist tot. Einer brennt im Traitorraum. Im Traitorraum ist jemand drin. Ich glaube, das war Sepp, der lol gesagt hat. Und ich glaube, er ist tot. Ja, jetzt ist er gestorben. Jetzt ist er tot. Bram ist es. Da tut mir leid, Sepp. Bram. Hat Bram meine Taktik gemacht. Ja, und auch da ist leider... Das ist witzig. Leider, leider ist der... Das ist aber nicht, wo Bram der böse Trailer ist. Bram ist im Knast. Wo er nach so ner Tat auch hingehört. Sind wir die beiden einzig überlebenden da? Ne, ne. Ne, ne. Genau. E-Beam ist auch noch da. Oh. Hahaha. Das stand ja direkt neben mir. Oh Bram, was war das denn? Scheiße. Ja, das war eine 1 zu 5 Schocks. Du warst leider. Ja, das war echt bitter. Bitter in der Hölle geschmorten. Man hat voll gemerkt mit deinem Schrei unterdrückt das, nachdem du gemerkt hast, dass du geportet wurdest. Ja, das stimmt. Ich bin geportet worden, hab erst gedacht, okay, sagste nix. Und dann war ich am brennen und da hab ich gedacht, nein. Oh ja. Naja, aber starke Runde von Peter. Hier mit 28 Punkten. Dich gefolgt von Christian. Und wir sehen uns auf der nächsten App hier bei TTT. Haut rein. Ciao. Tschüss.